Hey Freunde! Das ist Angelsports. Genau. Wir sind die Barschbuben. Hallo. Und wir sind guter Dinge, denn heute scheint die Sonne. Und wir haben den ganzen Tag Zeit, proben wir am Barlebersee auf dem Steg, auf dem Boot, mit Köderfisch, mit Marde, mit allem drum und dran, keinen Fisch zu fangen. Nein, also wir sind wirklich guter Dinge eigentlich. Und heute angehen wir nicht nur auf den Lieblingsfisch Hecht, sondern auf Hecht und versuchen nochmal eine Schleie. Schleien und Karpfen vielleicht. Also wir haben jetzt vier Tage angefüttert. Vielleicht, hoffentlich bringt das was. Und ja, wir melden uns wieder, wenn wir soweit sind. Bis dahin. Ciao. Ui, jetzt haben wir den da schönes Barlebersee. Mit nur 15er oder 20er Plötze auf Hecht. Ein Erfolg. Lippkipp, brauchst du? Ja. Ist jetzt nicht so für mich wach. Danke. Leider nicht direkt. Jawoll. Sehr gut. Soll ich. Soll ich... Soll ich kein Objekt! We are, we are, we are the final ones We are, we are the, we are the final resistance We're fighting to the last Driven by the race Awoken us No one We surrender The song we break the silence The song we break the silence We break the silence Nothing, just nothing, nothing We are, we are, we are, we are the final resistance We are, we are, we are, we are, we are, we are, работ Verstehen wir uns an. Was denkst du was du dran hast? Ey lass den bloß nicht locker ja! Du bist echt jahrelang. du hast die Angel eingeschallt in der Hand, wisst du das? Die musst du eigentlich hier reinstecken in der Hüft Wo ist er denn, siehst du? Das ist Wasser. Nein, ich bin hier hinterher. Geht wieder los. Leute, Meter zwanzig oder Meter vierzig. Wollen wir kaufen, haben wir eine Angel. Mindestens, müssen wir messen auch noch. Ja. Ich versuche jetzt mal ins... Der zieht aber auch. Na ja, der hat fast 30 Kilo. Was willst du denn erwarten? Hat das wirklich geklappt? Ich weiß es nicht. Das weiß ich auch noch nicht. Der zieht das Boot, Alter. Das ist Norwegen. Norwegen am Ballübersee. Ohohoho, die Flasche. Ey mach, mach kürzer wieder. Runter. Wie meinst du kürzer? Das dauert doch eine ganze Weile, wie der fertig ist, oder? Ich hätte hier auch einen kleinen Kescher im Angebot, Alter. Ich glaube, der geht kaputt. Ohohoho, sehr groß. Sehr groß. Neckt die Schwa... Neckt die Katze. Ich bin kurz nah an einem Dinkler, ne? Sonst ist es hier... Ey, Kuni, der wär schon lange ab. Ist das ein Monster. Ohohoho. Ohohohoho. Ohohoho. Einsteigen? Ist das Wahnsinn. Da müssen wir irgendwie rausziehen, Alter. Irgendwie. Wir müssen hier wirklich fotografieren und alles oder nicht? Jaaa! Aber willst du nicht noch was machen, wenn wir mal am Arm und Kopf fangen? Auf dem Boot? Was? Achso! Oh, die haben so viel eine Welle gemacht! Ihn im Mund kannst du das machen. Ich weiß wirklich nicht mehr. Das ist ein volles Bier, oder? Ja, jetzt nicht mehr. Mann, Scheiße! Ja, das muss man. Das Boot kippt gleich rum. Es ist wieder! Ja, ich hab es. Okay, ich halte noch ein bisschen kurz fest. Ja, ich hab mein rad. Ich habe es nicht mehr. Okay, ich halte noch jetzt ein paar Mal. Ich habe es immer dann, wenn meine Rad. Und wenn sie das tun. Ich halte noch mal, wir teilen. Ich halte jetzt da und bin ich nicht anerönlich. Diggaets für mich zuuchen. Ich halte euch! Ich halte euch schon mal. Ich halte euch nicht mehr. Nein, da ich mich nicht mehr. Ich halte euch nicht mehr. Ich halte euch nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020